Heute im Test für euch die Raptor Planet, das ist eine 25 Schussbatterie von Veko Feuerwerk, ihr ihr erkennen könnt. Kaliber liegt bei 25 Millimetern, die Brenndauer ca. 25 Sekunden und die Effekthöhe liegt bei 40 Metern. Ist eine Pyromold Batterie, schaut so aus, Moment, hier ganz schlichtes Design, Pyromold halt, ne. Schaut ja hier auch drauf, Pyromold. Ja, beim Veko Werksverkauf gekauft, NEM liegt bei 338 Gramm und dann würde ich sagen, gehen wir raus und zünden das Ganze. Viel Spaß bei der Zündung der, Moment, Raptor Planet von Veko. Raptor Planet von Veko. Raptor Planet von Veko.